Ahoi ihr Landrannin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sid Meier's Pirates. Ich habe mir überlegt, wir werden mal einen kleinen Abstecher nach Barbados machen, weil wir haben ja jetzt wieder einige spanische Schiffe kaputt gekloppt und ich denke wir könnten da vielleicht mal unseren ersten verbesserten Rang kriegen. Und ja, vielleicht kriegen wir dann schon bessere Informationen, wenn man sich bei Gouverneuren einschleimt, dann kann man nicht nur mit den Weibern tanzen. Nein, 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 nein. Dann kann man auch an nette Informationen kommen, wo denn zum Beispiel die Familie ist. Und ich wollte jetzt auch mal darauf hinarbeiten, dass wir vielleicht mal unsere erste Stadt überfallen, damit ich euch dieses Kampfsystem, sag ich mal, auch mal zeigen kann. Wir sind eben zum Major befördert worden. Ich muss dazu sagen, normalerweise lehne ich sowas ja immer ab, aber da ist ja, also weil ich das überhaupt nicht kann, aber da ist ja ein Let's Play ist, muss ich das wohl annehmen. Oh mein Gott. Ich muss jetzt aber, muss ich jetzt tanzen? Oh nein. Ach du Scheiße. Leute, ich fände sowas von verkacken. Ich entschuldige mich jetzt schon mal im Vorfeld. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Ah. Ah. Gut, dass das bisher so einfach ist, wenn man nur nach rechts oder links. Ach du Scheiße. Okay. Scheiße. Ah, jetzt hab ich's. Ja. Ja. Okay. Okay. Verdammt. Verdammt. Ich muss mich gerade sehr konzentriert in die, äh, Dinger rechtzeitig zu treffen. Die Zahlen momentan. Oh mein Gott. Könnte ich, das reicht doch. Das war unfair. Jetzt hat's grad bei mir geleckt. Schiebe hoch. Schiebe hoch. Ich hoffe, man hört mich überhaupt, weil die Musik ist gerade sehr laut. Ja, super. Ich hab das, das letzte, das war total unfair. Ich hab das Blinken nicht gesehen, weil es bei mir wieder kurz geleckt hat. Ja, was, das ist ja all diese Schnäpfe, das ist ja wohl, ach, blöde Kuh, ey. Oh, aber sie mag mich trotzdem irgendwie. Also sie findet, ich bin im Tanzen ein totaler Versager. Was jetzt auch teilweise durch die Lecks kam, muss ich sagen. Ja, dadurch kann ich mich jetzt gut rausreden, immerhin. Aber sie findet uns irgendwie trotzdem doch ganz nett. Ja, ich hab's leider. Oh mein Gott. Ach, da wollte ich doch gar nicht hin. Obwohl, wir wissen, was zu essen kann ich schaden. So. Erstmal alle mit ihm draufkommt. Ich habe übrigens in der einen Aufnahme gesehen, als wir dieses Schiff, äh, Avalon oder, oder, nee, äh, Aragon oder irgendwie so, äh, gesucht haben. Das ist genau an uns vorbeigefahren. Es war auch ganz kurz der Name zu sehen, nur ich vollfristig hab's natürlich total verpeilt und bin einfach dran vorbeigesübelt. Aber? Aphrodite? Komm, die Aphrodite, die Höhlen uns. Wie, da oben ist die? Wie soll ich die noch einholen? Na egal, ich wollte ja sowieso noch bei den Franzosen vorbeischauen. Ich weiß, gehen wir jetzt mal zu ihm hin. Ja, klar, 220 Soldaten, okay, äh, mehr braucht gleich mal lesen, die Stadt ist so heftig. Zum Glück kann es mehr schneiden, cool. Gehen wir vielleicht ein geiles Upgrade. Mmh, bestes Egel. Ja, ja. So, dann begeben wir uns noch mal auf die Jagd nach der Aphrodite, oder nee. Wie, wie ist das Schiff nochmal? Ganz süßes doch. Okay. Nein! Geh weg, da muss ich mich hin. Oh, 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 oh. Was ist das? Da, da ist er, da ist er. Nein, 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 nicht attacken. Ähm, nicht attacken, genau, nicht angreifen. Da ist das Schiff. Da ist das Schiff. Da tun wir uns. Dieses Schiff soll laut Information, äh, 1000 Gold dabei haben. Ach, knapp. Toll, würde ich mal sagen, ne? Oha! Ja, das war sehr sehr schlussisch. Aber wir werden sie jetzt einfach mal rammen. Rammen werden wir sie. Frontal in die Seite von in den Speckgewand. Oh, ja, nett. Äh, nee, wir können nicht mehr als 100 aufnehmen. Tut mir leid. Hm. 1000 Gold, Tatsache. Und noch ein bisschen was anderes. Ja, würde ich mal sagen, äh, machen wir doch gerade mal, also wir haben jetzt übrigens quasi unseren ersten Mini-Quest erfüllt, erfüllt, könnte man sagen. Äh, ja, ich würde mal sagen, wir schauen mal bei den Franzosen vorbei. Ich glaube, da war man noch gar nicht. Ist ja auch so ein Specki. Haha! Weil wir die Spanier plattgemacht haben, mögen uns die Franzosen jetzt auch ein bisschen. Oh nein, nicht schon wieder. Oh nein, nicht schon wieder. Warum? Was habe ich getan? Was ist das? Oh nein! Komm, geh mal! Gott hasst mich. Ich konzentriere mich. Ha! Ja, da guckst du was. Oha! Ja, Das war Zufall, dass ich den Knopf gerade getroffen habe. Ich habe eigentlich auf den anderen gedrückt. Ha! Mal gucken, wie laut man das Button-Smashing in der Aufnahme hört. Da bin ich ja sehr gespannt. Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Super, wieder durch ihn weg den Knopf nicht gesehen, der aufgewinkt hat. Ja, komm, also das war ja gut jetzt. Ja, komm. Jawoll. Das, das lief gut. Hammer, und jetzt kriegen wir Informationen. Sauber, sauber. Aha, 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 aha. Wir haben jetzt quasi gerade eine Info über einen gesuchten Verbrecher, sag ich mal, gefunden. Äh, gefunden, bekommen. Ich sehe sie mal gerade weg. Warte mal, was haben wir hier? Genau, da steht es ja. Wanted Criminal. Ja, dadurch, dass wir diese Dame beim Tanzen, ähm, zu höchst beeindruckt haben, was natürlich nur an meinen phänomenal ethischen, äh, Tanzkünsten liegt, haben wir jetzt erfahren, wo dieser gesuchte, äh, kriminelle rumlungert, oder eventuell rumlungert, und wenn wir den schnappen, ich glaube, dann kriegen wir mal was Nettes. Das ist schon, äh, das ist schon, äh, das ist schon, äh, quasi ein, ein richtiger Quest. Was ist das denn hier? Wait for me? Oh. Ach ja, stimmt. Wir haben ja dieses eine Schiff noch. Das können wir den Franzosen ja gleich mal wieder zurück, äh, geben. Wenn sie uns genug dafür beziehen. So, ähm, ja, komm, hier, zack. Haben wir noch genug zu essen und so? Ja, die Güter kann uns mal abnehmen, hier. Wir finden uns mal wieder ein bisschen was zu essen mit. Und ein paar Kanonen, keine Ahnung. Wie? Der will uns schon wieder sehen? Das wäre ja nicht schon wieder. Ja, ich weiß. Ach, gleich der nächste war. Oh, Mann, Mann. Wir kriegen gleich, äh, noch einen. Dann haben wir jetzt schon bei den, äh, Englern zwei Ränge, bei den Franzosen zwei Ränge und bei den Holländern und Spaniern gar keinen. Okay, die Spanier wollen wir uns sowieso abschießen. Äh, was, was will die denn jetzt von uns? Sie möchte beeindruckt werden, oder was will die jetzt? Oder sie möchte ein Geschenk, oder irgendwie sowas? Naja, äh, wir haben ja diesen Rubinring. Hier, schenken wir den jetzt, oder? Oh, die Schala. Sessor, den passt. Mhm, mhm, mhm. Sessor, den passt. Ja, die Information haben wir schon. Danke. Sehr, danke. Oh, also bei dieser französischen Trussi können wir uns gut einschleimen. Gibt's da jetzt irgendwas Neues, oder? No. Es würde mich ja mal interessieren, haben wir den Ring jetzt abgegeben, oder? Ja, Tatsache, wie haben ihr den Ring geschenkt? Ja gut, äh, damit haben wir nur noch, nur noch, äh, drei Special Items, was aber immer noch recht viel ist. Und wie viel Gold haben wir eigentlich hier? Achso, 5366, genau. Ja, ähm, ich würde mal sagen, das Lief war ziemlich erfolgreich. Diese Folge, den ersten Tanz haben wir zwar total verkackt, aber dafür den zweiten, äh, Souverän gewonnen und einen richtigen Quest bekommen. Ja, ich würde nur sagen, bis zur nächsten Folge dann. Tschüss. Tschüss.